Hast du gewusst, dass du sogar in ClickUp kleine Screencasts aufnehmen kannst? Kurze Bildschirm-Videos. Gehe dazu unten rechts hier auf die Werkzeuge und sage «Record Clip». Dann musst du angeben, welchen Bildschirm du aufnehmen willst. Ich habe in meinem Fall da halt zwei Bildschirme. Ich sage «Share». Ich will den aufnehmen. Und wechsle da jetzt einfach mal zum Beispiel auf unsere Website. So, und gehe zurück und stoppe da unten rechts die Aufnahme. Und jetzt wird die verarbeitet. Dann habe ich die Möglichkeit, den Link zu kopieren zu diesem Video. Oder ich kann gleich direkt einen Task erstellen. Und in diesem Task ist dann hier das vorher aufgenommene Video eingebettet.